Die Polizei von Detroit 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 Okay Das sehe ich glaube ich auch schon Da vorne Hier ist eins Und Da ist eins Okay Wo könnte das sein Da vielleicht Also ich denke wir haben so im Schnitt zu 30 Manchmal auch leicht unter 30 Das sieht halt schon verdammt geil aus Oder wie seht ihr das Oder wie seht ihr das Ah ich glaube ich glaube ich habe es Hier links Drei Stück werden gesucht Eins Zwei Das können wir nicht sehen Das können wir nicht sehen So So Wo könnte denn das sein Ah Das war jetzt einfach Ein Weg das Dach zu erklimmen Das ist eine gute Idee Oh 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 Und das ist ja erst anscheinend Und dann haben wir hier das dritte Hinweise aktualisiert Okay Okay Sparkle Sparkle Vor konstruieren Was Ich versiere mit dem Rechenstick eine Route Ich versiere mit dem Rechenstick eine Route Ich versiere mit dem Rechenstick eine Route Das ist cool Das ist richtig cool Okay Kunteldold Da ist sie Sparkle City Achso Ne doch Nicht Dings Sondern Kerzen Sind Kerzen Drei Symbole Eins Zwei Da Versteckt Drei Das sieht aus wie ein verlassenes Parkhaus Oh Müssen wir wieder was vorkonstruieren Dann schauen wir mal Wäre nicht stabil genug Wäre zu instabil Okay Wäre zu hoch Berechnen Okay Cool ausfüllen. Das ist echt cool, mit dem Vorberechnen. Ehrlich. Ich würde es mir gerne nochmal ansehen. Okay. Das ist eindeutig hier. Ah. Da ist es. Das ist auch eindeutig hier. Das macht schon ein paar coole Elemente. Doch, hat schon was. Wo sind wir denn jetzt? Jericho. An einem Hafen. Ich folge den Weg zu Jericho. Gelange zum Ship. Fuck. Ganz schnadel runter hier. Jetzt regiert der Kontrolle wie es noch schön live für sich. Wenn ich so diese 6-axis-Steuerung mache. Hört sich alles aber nicht mehr so gesund an, ne? Aber hier ist es noch nicht mehr so gesund. So, Mike, stürzt sich an den Freitod. Wenn er jetzt nicht so einfach kopfüber reingesprungen wäre, weiß wie tief das ist. Ach, das ist R2, ich meine L2. Ja, wir nehmen die Taschenlampe mal, würde ich mal sagen. Genau das habe ich nämlich gewusst. So, hat mich eben schön beim Schild und mein Mikrofon umgerissen. Deswegen habe ich normalerweise auch immerhin so einen Schwenkarm und keinen Tischklativ, aber ich arbeite jetzt hier bei Keks ein geiles Umbauen wollen. Immer noch bei Keks, weil der hat eine 4K Capture Card, ich nicht. Deswegen dachte ich nutze das einfach mal, wenn er schon mal auf Arbeit ist und er später wiederkommt. Nehme ich mal ein bisschen auf. Ob ich nur bei mir aufnehme, weil bei ihm ist ja nur eigentlich egal. Ich habe sogar mein Mikrofon gerade in Benutzung, weil seien es ein bisschen per Rausch, der ist durch dieses USB-Rauschen. Wenn ich dann meine typische Einstellung nehme, dann passt das nicht. Dann hört sich das einfach doof an, wenn er plötzlich zu einem Rausch ist und mit einmal ist wieder Stille. Und deswegen habe ich jetzt meins genommen. War sowieso nicht so schlimm. Einfach, das ist ein nettes Stativgesteckte und dann war gut. Androiden auf der Flucht. Der Flunderandroid bewirkt Panik in Kempten. Androide auf der Flucht. Am Wohne der Detroit-Affords-Kempten wurden Zeugen eines Verfolgungsjärns, nachdem eine Polizei-Fahne mit Straßenspinnen befragten. Ein Stabtitel aus einem Versteckjagd. Doch dieser Flüchtige ist anders. Der Verdächtige ist ein Android. Das defekte AX400-Modell leidet wahrscheinlich an einem extrem seltenen Fehlfunktion und tat alles, um sich auf der Polizei zu entziehen. Er redet auf der Flucht sogar über einen befahrenen Highway. Ja, leider. Antworten androide. Die Augenzeugenberichte sind nicht eindeutig und ohne offizielle Berichte ist es unmöglich zu sagen, was wirklich geschehen ist. Doch die Reporter der lokalen Nachrichtensender gehen dem Fall nach. Ein Sprecher von Cyberlife war für einen Kommentar nicht verfügbar und die Spikulationen gehen weiter. Androiden-Astronauten erforschen Io. Also schickt Androiden-Crew in den Weltraum. Nasa hat den Start eines fünfköpfigen Androiden-Crew zur Erforschung des Jupiter-Satelliten Io angekündigt. Die Reise wird drei Jahre dauern und man hofft viel über den Ursprung des Systems zu erfahren. Zwar sind dies nicht die ersten Androiden im Weltraum, doch beweist sie ihre erste reine Maschinen-Crew, dass Androiden mit der gesamten Mission betraut werden können. Okay. Der RA-9. Seid ihr denn des Wahnsinns? Um Gottes Willen, mein Herz. Alter. Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 Bin ich jetzt ernsthaft im Kreis gelaufen? Haut so aus. Okay. Auch dicht. Probe jetzt erst links. Alles dicht. Echt? Auch vieles dicht. Ja und jetzt? Okay. 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 Oh my. Okay, was habe ich übersehen? Habe ich probiert, geht nicht. Links ist alles eingestürzt, also geht es nur hier weiter. Ah, okay. Oh mein, ihr macht Sachen mit mir. Was bleibt uns denn, um hier reinzugehen eigentlich? Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh, jetzt geht das wieder nicht, ne? Ja, wenn es denn gehen würde. Ich such mir das aus. Ich such mir das aus. Ich suche mich auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Er macht es nicht. Abschreiben. Ich bin übrigens auf Erfahren. Okay, ich halte den Kontroll... Hallo, Kontrolle, dann mach es doch. Ich halte den Kontrollen. 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 Okay. Ich halte den Kontrollen. 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 Okay, weiter geht's. Ich halte den Kontrollen. Ich halte den Kontrollen. Abda Petra. Ich halte den Kontrollen. Ich halte den Kontrollen. Ich halte den Kontrollen. Das ist kein Problem. Ich halte den Kontrollen. 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 Heute ging es um illegale Glücksspiele. Habe ich recht? Ja. Und Sie haben gewettet? Ja. Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten, warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Ja doch. Ähm. Warum siehst du so dämlich aus und klickst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Achso, ist egal, was wir an Bord haben. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Habe ich Hunger. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Hm. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Ja. Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Ja. Du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich weiß, dass ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Aufrichtig. Aufrichtig. Logisch. Alt. Aufrichtig. Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Mann. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Oh. Doch. Okay. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Ich habe ihm echt gedacht, das war es jetzt. Ich sage so aufrichtig und er fängt da an. Ey. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe Cyberlife-Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Frage den Verdächtigen. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Okay, dann. Felsenthalos hat bestimmt nichts im Plan zusammengesetzt. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Kops. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Korrekt. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Verstanden. Was? Was zur Hölle ist das denn? Scheiße, wie das hier stinkt. Versuche das Apartment. Okay. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Der erste, ja. Aber vielleicht finden wir ja trotzdem was. Urban Farms auf Detroit. Wo ist da eine Urban Farm? Oh, ein Postecke. 100% Recyclingpapier. Kürzlich bewegt. Was haben wir denn hier Schönes? Ich brauche fische Luft. Was hast du gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Haben wir seine LED. LED, Biocommeter 930, deaktiviert am 06.11.2000. Seine LED ist im Waschbecken. Blaues Blumen, Modell WB600. Zum Missgemelde am 011.10.2036. R.A.9. Irgendeine Idee dazu? R.A.9. Und zwar 2471 Mal. Das geht auch noch. Das gleiche Symbol hat Ortiz' Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind Sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Stuhl. Weil es auch gar kürzlich umgestoßen ist. Spuren von Vogelfäkalien. Ich glaube der Textmarker noch vorher kürzlich benutzt. Halbe Mitte ne? Der Verdächtige war vor kurzem hier. Wohnzimmer gerannt. Okay, erstens Wohnzimmer. Scheiße, ich hasse diese Viecher. Kommt uns das mal an. Vogelputter. Der Verdächtige versorgt mit den Tieren. Okay. Der Verdächtige ist nichts. Also ein reichen Android. Und die Seiten vergilben auch nicht. Du hast kein Blassenschimmer bekommen. Nein, nicht unbedingt. Käfig. Wohnfrisch. Wohnverzinkten Stahl. Handabdruck frisch. Brunnen von Vogelfäkalien. Keine Fingerabdrücke. Metallhaken. Kurz sich zerbrochen. 100% rostfreier Strahl. Wir konstruieren das Ganze doch mal. Verdächtige hat gehört, wie wir reingekommen. Der Verdächtige ist noch hier. Schlaf mit dem Verdächtigen. Schlaf mit dem Verdächtigen. Okay, dann hole ich hier. Diese Gottverdammung Dreckstau. Worauf wartest du noch? Hinter hier! Einfach aber langsam, schnell aber riskant. Direkt aber überlaufen. Scheiße. Scheiße. Ja, lauf halt. Will den kriegen. Und ob all der Action geladen ist, es geht nicht mehr. Ach du Scheiße. Aber wir sind dicht an ihm dran. Das ist nicht wirklich. Hänell ist nicht difficile, Aber wir sind nicht nur zu. Wir sind nicht sicher. Dein Geistisch geknüpft. Alle gut sind nicht sicher. Aber wir sind nicht sicher. Ja, die ganze Zeit. Wir sind nicht sicher. Wir haben nicht sicher. Ja, wir sind ein paar Sachen. Absolut. Dez sind nicht sicher. Die Lächtige. Ihr ob es zu denn ist. Nein, ich bin Angst, hängt scheiße trotzdem wir retten ihn es ist meine schuld ich war zu langsam du hast den wegen mir nicht erwischt schon gut wir wissen wie er aussieht nichts damit haben wir den status bei hink erst mal erhöht das nest europäer halten heng retten rupert ist ein combo er wissen wir seinen namen ok wir gucken uns mal die weltweite statistik mit hengren tun 94 prozent ehrlich mit hengstern um 76 prozent federnuntersuchung 83 prozent er am neuen verweis da das tagebuch finden das tagebuch war gut dass wir es gefunden haben eröffnet uns wieder im weg wobei das gekommen sind dafür hätten wir hängen ja keks hat auch fast alles so gemacht wie ich also das tagebuch hat er nicht wer seid ihr flüchtende so wie du ich bin josh ich bin seite nur das hier ist jericho eine zuflucht für die die nicht länger sklaven sein wollen sich verstecken nur um zu überleben das ist freiheit für dich menschen hassen uns wir können nur im verborgenen überleben für solche wie uns gibt es keinen sicheren ort wenn menschen uns entdecken töten sie uns wie viele seid ihr 19 von uns sind noch funktionstüchtig wir anderen wurden auf ihrer flucht beschädigt viele wollen hier nach jericho wenige schaffen es die menschen haben wenig mitleid mit uns ich verstehe wie du dich fühlst aber hier herrscht mehr freiheit als du je hattest im dunkeln zu warten dass was passiert das ist für mich keine freiheit du bist verwirrt so wie der rest von uns wir wollten das alles nicht wir müssen jetzt aber damit klarkommen du bist hier sicher du kannst bei uns bleiben solange du möchtest sprich mit lucy sie kann dir vielleicht helfen ich habe damit hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play detroit bekam jungen bis das letzte mal geschehen geblieben sind jetzt hier in jericho werden die leute kennen ich hörte menschen fürchten sich auch vor dem tod weißt du was danach mit uns passiert nein nein leider nicht tja ich werde es bald wissen wie heißt du marcus schäme dich kennen zu lernen marcus was 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 ok 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 ja sie direkt einfach mal direkt vor unseren augen es es wow arm ist es 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 Wir haben ein bisschen Feuer, leisten wir uns einen Teil. Hier wieder RA9. Gehen wir mal zu Luke. Bist du Lucy? Setz dich. Ich stoppe die Blutung. Oh, das ist mir das eigentlich. Oh, das ist mir das eigentlich. Tinkt das? Oh, das ist mir das. Oh, das ist mir das. Oh, das ist mir das. Und sie tut jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidung formen unser Schicksal. Okay, das war jetzt ein wenig seltsam. Kann ich nicht reden. Mit ihm? Mit ihm? Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Ich will mal zu North. Ich will mal zu North. Das kann niemand mehr sagen. Wäre es auch wahr, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Verdammt. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Gelehrt. Hm. server life und server life lying on dogs west avenue wird berechnet der breite simon einen plan wir übernehmen jetzt die führung oder was simon ich weiß wo ersatzteile sind die cyber life lagerhäuser unten am hafen da ist alles was wir brauchen die docks sind bewacht wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen die menschen verhindern das darum fragen wir auch nicht um erlaubnis wir haben keine waffen und selbst wenn keiner von uns weiß wie man kämpft wir werden gar nicht kämpfen sondern stehen sie werden uns alle töten vielleicht aber immer noch besser als sich abzuschalten ich bin dabei wir könnten es versuchen okay bin dabei und dann halt zu entscheiden 90 prozent abgeschlossen ich denke das haben alle so okay es ist auf jeden fall genauso gemacht bei dir alles okay hier wird man uns helfen bald ist das alles eine böse erinnerung hier muss es sein kein gutes gefühl dabei kein gutes gefühl dabei wer fragt das es heißt sie könnten uns helfen ich weiß nicht wer sowas sagt ihr seid am falschen ort tut mir leid ich weiß nicht ich weiß nicht wir brauchen wirklich hilfe kommt rein ein gut Kommt rein, nicht so schüchtern. Dann nehmen wir erstmal vor. Luther, wärst du so lieb und nimmst dir damit bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen, leeren Haus. Bitte, macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs, er sagte sie helfen. Verstehe. Abweichlein? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und? Ihr sucht einen sicheren Ort. Um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft. Sehr viel Platz. Frische Luft. Und keine Androiden-Gesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ich habe immer noch kein gutes Gefühl dabei. Sie sind bei den Wurzeln auch vorzwagen. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Hier entlang. Alles, was ihr vorgibt, ist im Keller. Ja, ich will mich erst mal umschauen. Das habe ich in Life is Strange und in Detail schon gelernt. Immer genau umschauen. Okay, hier ist der Wurzeln. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Auch nicht. Alice, wir können nirgendwo anders hin. Wir müssen ihm vertrauen. Ah. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist mir egal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Komm, Alice. Hier lang bitte. Aber es kommt. Bestell dich bitte da drüben hin. Ein gutes Gefühl dabei. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Ich muss dich warnen. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein. Nein, nein, ich will kein Reset. Lassen Sie mich gehen. Ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice. Alice, nein. Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das, das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elit ein Ende machen. Ich glaube, sie hat schon ein Speierle schon mit vorbereitet. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir. Es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Exant. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kyra! Oh, arme, kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen. Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kyra, es ist mit dir passiert. Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Lass sie doch in Ruhe. Ich dir bringe ich mal Nieren bei, du kleines Miststück. Kyra! Wach auf, Kyra! Wir treffen uns im Wohnzimmer. Kann ich da jetzt gar nichts gegen machen? Nein. Wirklich nicht. Flucht. Ein Kurzschluss verursachen. Hältes Kabel, grünes Kabel. Guck mal, das grüne. P-Würf, P-Funktion. Dämmen wir uns hier hoch. Ah! Mann! Haben wir jetzt unser Gedächtnis noch? War ja Schaden repariert. Nein. Oh, also doch, wir haben unser Gedächtnis noch. Und nein. Ich bin der Alice. Hilf uns. Ja. Kriegfräischheit. Also war das gut. Nein. Das darf nicht passieren. Er spielt gerne mit uns. Ja. Ach doch, ich weiß Terminators. Ich weiß nicht, dass... ...nur zum Verblühen. Doch, wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Okay, ich denke, wir müssen jetzt erst mal simulieren. Erst mal simulieren. Okay. Oh, hier. Luka. Luka. Ja, Slaco. Ich bin hier im knapp 10 Minuten fertig. Dann seh ich mir die Kalle an und schau, was ich bitte mache. Verstanden, Slaco. Ich bringe Ihnen die kleinen 10 Minuten. Bleiben wir jetzt halt 10 Minuten. Ende Alice. Ich bin hier im Moment. Ich bin hier im Moment. Ich bin hier im Moment. ra9 aber habe ich keine zeit alles finden ein ein A.I.S. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, hierher zu kommen? Du musst den Meister immer behorchen. Oh ja, du musst behorchen. Was machst du da? Du tust mir doch nicht mit? Nein, 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 das tust du nicht. Halten, Alice. Nein. Nein, natürlich nicht. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Im Lesen habe ich jetzt echt keine Zeit. Sie ist nicht geladen. Verdammt. Wir haben noch sieben Minuten. Herrgott, Kara. Wo ist sie denn? An. Da ist sie. Ach Gott sei Dank. Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Luther! Ja, Slanko. Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleine. Sofort, Slanko. Stecken. Hm. Slanko. Was? Die Kleine ist weg. Sie kann ja nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwas sein. Woran wartest du noch? Such sie. Heißer. Oh fuck. Scheiße. Weglaufen ist zurücklos. Ihr könnt mir nicht entkommen. Oh, vielleicht aber doch. Ich bin hier. Pfeiße. In der Tür. Aus hier. Lauf, Alice. Nein, ich bleib bei dir. Lauf, lauf so schnell du kannst. Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tal. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch die Durch. Wie kannst du es warten? Was fehlt euch ein? Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, vertraust mir nach all dem Sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Let's go. Verhalten. Flucht aus dem Haus. Oh. Alter. Wohl. Es gibt ein paar Endings. Und das ist wohl eines der Besten. Haben auch 97%. Jagd begonnen. Es war halt doof, dass sie im Versteck nicht geblieben ist, weil ich das hätte drücken müssen. Alles gefunden. Leere Schrupple zu versuchen. Ra9. Monster befreien. Chaos schleichen. Schon nicht schlecht. Ja. Hat es fast genauso gemacht wie ich. Wurde aber nicht entdeckt. Hat die Jagd noch nicht begonnen. Aber Kara hat die Treppe bei ihm auch erreicht. Slutka holt auf. Die Monster greift in Slutka an. Und bestößt Kara und Alice. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich kann mich noch mal sehen. Ciao. Ciao. Ich hoffe, ich kann mich noch mal sehen. Ich hoffe, ich kann mich noch mal sehen.